So meine Freunde Hallihallo zu QuasiMausi, heute war ich mal für euch zum Hunteburger Ponymarkt in Hunteburg, ja ich habe da mal ein bisschen rumgeguckt, ich wünsche euch viel Spaß beim Video, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch, gebt ein Like, schreibt einen netten Kommentar oder lasst ein Abo da, ich wünsche euch viel Spaß beim Video, schau, man sieht sich, euer QuasiMausi, bye bye. Wir sind auf dem Weg zum Hunteburger Ponymarkt, der ist wie er schon sagt in Hunteburg, da gibt es viele gale Sachen zu erleben, ja, gucken wir mal bei den ganzen Fahrgeschäften, das wird bestimmt lustig und natürlich haben wir uns auch Champignons, da freue ich mich jetzt schon drauf, gleich werden wir bestimmt angehalten, weil die bestimmt wieder Geld von uns abkassieren wollen, weil die wollen ja auch was verdienen, weißt du? Ja, aber gucken wir mal, da so nicht rein, hier Absperrung, vorsichtig dran vorbei, da steht auch schon der Erste, der ein bisschen Geld von uns will, denke ich, so Leute, wenn ihr auch mal zum Hunteburger Ponymarkt wollt, moin, dann fahrt auf jeden Fall hier hin, ja, ist auch günstig und auch ein paar, wie viel? Drei. So, so Leute, gleich geht's los, ich wünsche euch viel Spaß, wir sehen uns gleich wieder auf dem Marktgelände, hau rein. So Leute, hier fängt das Marktgelände an, wie ihr seht, ist auch ein bisschen was los, heute ist Darmstag, normal geht das, ja, dann gucken wir mal, was hier alles so passiert, so Leute, wenn ihr auf Adrenalin steht, fahrt da mit, oh, das ist richtig gut, das ist schon ganz interessant. Seht mal, was da los ist, das Essen gibt's auch, hier ist schon der, wenn man los ist, hier, wenn man das immer macht, dann fährt, dann fährt, dann fährt der Bleist, da weil Ja, das ist so cool. Komm mal, mal ein Rollstuhl zusammen. Das war's für heute. So, gleich die zwei hier noch mal ein Schindleren. So, gleich die zwei hier noch mal ein Schindleren. So, gleich die zwei hier noch mal ein Schindleren. So, hier ist ein kleines Puppentheater. So, wir müssen auf jeden Fall mal nach Hunteburg kommen zum Ponymarkt. So, hier ist ein kleines Puppentheater. Das ist richtig geil. Und abonniert meinen Channel. So, hier ist ein kleines Puppentheater. 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 Ja, Freunde, ich habe jetzt noch mal einen Musiker, wir haben hier die Maschine hier. Let's go. Let's go. Ich weiß gar nicht, oder? Ich wollte die Sacklecker nicht mehr, bin ich schon raus, oder was ist los hier? Alter, wie doch. Wir haben die Sons an 14, wir warten rein, da gehen wir noch mal an Kudi. Die Maschine. Enttäuschte bin ich, das hat so gut angefangen. Tiki, Tiki, Tiki. Ki lange. Leute, Leute, wir haben eine Zugabe hier. Ja, herzlichen Glückwunsch, wenn ihr gerade noch körperweise wieder aufs Eis, dann haben wir vor Wochen, wenn ihr über die Sonne scheint. Drehen wir die Hütte auf hier, da klark, auf volles Video. Und tschüss. Let's go, baby. Wuhuuu. Tiiiiii. La 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 la. Und tschüss. So. Das war der Freckdänzer. So. 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 Das war der Freckdänzer hinweg. So. 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 Untertitelung. BR 2018 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 Wir sind doch schon fast am Ende des Marktes. Hier sind auch immer so ein paar Zelte. Auch ganz cool. Oder mal... Gesicht vom Boden. Strahlendlauer Himmel, richtig geil. Aber ich setz noch mal wieder ein bisschen höher. Besser ist das. Wenn ihr Bock auf Fisch habt, dann gibt es auch keinen Fisch. Natürlich das geilste, was auf jedem Markt nicht fehlen darf. Lecker Süßigkeiten. Süßigkeiten. Geil, 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 geil. Das ist natürlich richtig geil. Das ist natürlich richtig geil. So. Hier machen wir gleich noch ein paar... Nee, danke. Machen wir gleich noch ein paar Aufnahmen für euch. Vom Autoscooter, von der Raupenbahn. So. Schauen wir mal. Also Party ist hier auf jeden Fall. Das ist schon recht, 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 recht geil. Wir hören, ne? Also Leute, lasst es euch nicht entgehen. Fahrt zum Hunzeblogger Ponymarkt. Richtig geil. Super, denn es macht Spaß hier alle, Freunde.